Let's play, I wanna be the guy! Ja, oh mein Gott! Stellt euch das vor, ich hab jetzt grad eben ein kleines bisschen, ich mach jetzt grad so ein Stückchen leiser, ähm, ich hab jetzt grad eben ein bisschen geübt, ein kleines bisschen, grad die dritte Runde, nur um mal ein bisschen so wieder das Feingefühl von gestern reinzubekommen, und ich schaff's. Aber ich hab's nicht aufgenommen. Also, absterben, sofort und, ja, nochmal neu. Ja, okay, hier bin ich wieder. Okay, es geht weiter, wie versprochen. Ja. Ja, jetzt geht's weiter, wie versprochen. So, okay, ähm, so, okay, okay, okay. Nur für euch, probier ich das jetzt, und ganz leise, Konzentration, wie war das nochmal, ähm, NEIN! Ah! Okay, stimmt, ich muss mich übrigens noch bedanken, oh mein Gott, ich muss, Schatz, ich muss mich noch bedanken, ähm, für die, äh, ich hab Haare im Mund, äh, ähm, äh, für die, für das ganze, hey, wir haben dich vermisst und alles, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ihr mich alles so vermisst habt, ihr habt jetzt schon eine richtige, eine richtige kleine Fangemeinde seid ihr ja. Ich mein, es sind, äh, irgendwie immer die gleichen. Ich mein, ähm, 20 Fresho, Ice Devil, Killman, Terror Toast, oh Gott, ich glaub, wenn ich jetzt jemanden vergesse, der ist, der ist böse auf mich. Warte, 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 hab ich jemanden vergessen? Ja, ne, ich mein, diejenigen, die mir, die wirklich jedes Video von mir gucken, ja? Oh Gott, wenn ich jetzt jemanden vergesse, also nimm's mir, nimm's mir nicht, nimm's mir nicht übel, ja? Ne, aber ich hab mich natürlich, also, riesig gefreut über die Nachrichten, oh, leck mich doch, über die Nachrichten gestern. Also, wirklich, fand ich richtig toll. Und wie gesagt, also, ähm, ja, es gibt jetzt wieder, leck mich doch, es gibt wieder richtig Videos jetzt, ab jetzt wieder. Ja. Je, also, es war keine Sache, also, ganz aufhören wollte ich ja gar nicht. Ich hab nur, sagen wir mal, eine kleine Pause gebraucht, weil ich total gestresst war. Oh, leck mich doch! Äh, ja, ganz ruhig bleiben, schwarzi, äh, weil ich einfach, äh, ein bisschen gestresst war, so ein kleines bisschen. Bisschen, bisschen. Okay. Och, leck mich! Äh, ja, ähm, ach so. Okay, hier hoch, hier hoch und wir hier rüber und zack. So, ich hier rüber und hier doppelt Sprung. Hier hoch und hier war das. Hier war das so. Hier rüber. So, und jetzt, wenn es wieder hoch geht. Nein, so früh! Okay, okay. Dann, dann, dann. Dann, dann. So, okay, okay, okay. Und jetzt gehen wir hier hoch und wieder hier rüber und hier springen wir durch. Und hier den Doppelsprung. Und, ach, hier muss ich rüber laufen, genau. Ah, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Verdammt, ich, also, ich würde das gerne heute noch schaffen. Ernsthaft? Also, das ist mein großes Ziel heute. Nur dieses, diesen Abschnitt. Zumindest unten, ich möchte heute zumindest nochmal aufgenommen haben, dass ich es geschafft habe, da unten durchzukommen. Noch nicht mal den Abschnitt, nur wenigstens da unten durch. Okay. Oh, das war zu weit. Okay, ich muss hier jetzt, ich muss mich natürlich auch ein bisschen beeilen hier. So, ich kann ja nicht nur Blödsinn labern, zehn Minuten lang. Ich meine, das mache ich ja sowieso immer, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Äh, so. So, okay. Ah, das war, das war blöd gesprungen. Das ist, das ist typisch. Jetzt, wo ich es aufnehme, jetzt geht es nicht mehr. So, ich meine, das hier mache ich ja mittlerweile schon. Okay, vergesst. Ähm, ihr wisst, was ich sagen wollte. Äh. So. Übrigens, nicht vergessen, Let's Battle am Wochenende. Wahrscheinlich Samstag. So, okay. Ach, wieso? Wieso, was mache ich falsch? Was habe ich vorhin richtig getan? Was mache ich jetzt falsch? Bitte. So. Ach, das ist zu früh. Ich muss warten, bis es hoch geht. Nicht, wenn es unten ist. Ey, wenn ich das heute nicht hinkriege, ich kriege einen Schreikrampf. Ehrlich. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle nicht, dass ich jetzt schreie. Doch, ihr wollt es, ich weiß es genau. Aber trotzdem. Äh. Ach, meine arme Tastatur. So, okay. Und wir hier rüber und wieder das hier Doppelsprung und hier bleibe ich stehen. Und hier gehe ich rüber. Hier geht es wieder schnell und hier bleibe ich stehen. Oh, durch. Und. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich wusste, dass der erste Grabstein umfällt, aber ich wusste nicht, dass der zweite auch umfällt. Aber ihr habt es alle gesehen. Ich habe es zumindest da unten durch geschafft. Ja, da unten durch. Also, hey, das kann mir keiner mehr nehmen. So, okay. Also, ich bitte euch. Ich bitte euch. Das war doch, das war getöpt. So. Ja, ich schnife noch ein bisschen. Ich bin immer noch ein bisschen krank. So. Hier durch. Ich meine, das hier kann ich ja mittlerweile schon mit verbundenen Augen. Ja, bis dahin. So. Äh. Ja. Warum sage ich eigentlich bin tausendmal so? So. Oh. Okay, okay, okay. Und hier hoch und hier rüber und hier durch. Und. Ah. Okay. Und ich bleibe locker. Ich muss mich beruhigen. Daran liegt. Das ist das zügische an diesem Spiel. Sobald ich mich aufrege, konzentriere ich mich nicht mehr richtig. Und dann labere ich nur noch unkontrollierbaren Blödsinn. Und dann läuft nämlich alles schief. Genau. Und ich muss mich einfach beruhigen. Das ist genau das Geheimte. Weil das Problem ist dadurch, dass man immer stirbt, kann man nicht ruhig bleiben. Böse. Was? Was? Oh, ja. Moment, Moment. Okay. Oh, das war zu früh. Okay, okay. Die Lady möchte einmal übernehmen. Bitteschön. Wo springt man denn noch? Hier springst du, hier schießt du. Also. Ja, springen. Schießen. So, und los geht's. Und los geht's. Los geht's. Okay, komm, ich mach weiter. So. Ja, das ging sehr weit. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Okay. Okay, hier durch. Ach, leck mich. Okay, nochmal. Oh, wach muss ich eigentlich hier, dass man wieder hier drüber. Das nervt. Oh, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Ah. So. Hier durch. Hier rüber. Oh. Oh, das war zu spät. Das war ein bisschen zu spät. Ich würde es gerne nochmal zu den Grabsteinen rüber schaffen. Komm. Okay, so nicht. So nicht. So nicht. Ja, das war natürlich Absicht. Ich meine, hey. Ich meine, ihr versteht das. Oh, das war auch Absicht. Alles Absicht. Ja, so, okay. So rüber. Okay, und jetzt bin ich hier durch. Doppel-Jump. Hier steh. Oh, ich hab doch gesagt, stehen bleiben. Bitte. Ich bitte dich. Kleines Männchen mit komischem Cape. Also, das war jetzt getürkt. Komm schon, der Stachel war schon auf dem Boden. So. Oh, komm schon. Mich verlässt dir gerade ein kleines bisschen die Lust. Das ist wirklich eine sehr frustrierende Stelle. Okay. So. Och, leck mich doch jetzt, bitte. Was soll das denn? Also, Leute. Ich glaube, heute wird das irgendwie nichts mehr. Ich bin einfach zu aufgeregt. Zu genervt. Von diesem Spiel, sage ich jetzt mal. Von diesem sadistischen Spiel. Von diesem masochistischen... Von diesem Folter-Werkzeug. Ich glaube, wer Awana wieder geil spielt, der braucht keine Feinde mehr. Der braucht doch keine Freunde mehr, weil der hat nichts anderes mehr zu tun, als zu sterben in diesem Scheiß-Spiel. Okay. Okay, okay, gut. Was ist der Kopf denn? Da, da, da liegt der. Genau zwischen dem Stachel da. Ah, gut. Gut, das war's für heute. Morgen gibt's keine Let's Place. Morgen habe ich Bildschicht. Übermorgen gibt's was. Doch, übermorgen könnte es Let's Place geben. Also, freut euch auf übermorgen. Jawohl. Also, übermorgen packe ich das auch. Ich verspreche's. Ich werde mich echt bemühen. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis am Freitag. Ciao, ciao.